Hallo, ich bin Lukas Diener und bin 18 Jahre alt. Meine Position ist Abwehr. Meine bisherigen Vereine waren der SV Grundlhardt und VfL Münster. Meine persönlichen Ziele sind, sich weiterzuentwickeln und später mal so hoch wie möglich zu spielen. Und meine Ziele mit der Mannschaft erstmal Klassen erhalten, aber dann schauen wir mal.